Die neue Formel für automobile Sportlichkeit im Profi-Format ist da. Hochleistungstechnik in Perfektion. Von den Ingenieuren der BMW Motorsport GmbH für den harten Wettbewerb von Tourenwagenrennen der Klasse A konzipiert. Mit jener eigenständigen Ästhetik, die Sportfahrzeuge für die Grenzbereiche des physikalisch Machbaren auszeichnet. BMW M3. 2,3 Liter 16 Ventiler auf Formel 1 Basis. 200 PS. 6,7 Sekunden von 0 auf 100. High Performance, hinter der die ganze Kompetenz einer dynamischen Marke steht. Dynamik aus erster Hand. BMW M3. Freude am Fahren in Rheinkultur. Fuel M4. Freude amreally starken Wettbewerb von Fl Lightning.